Also ich versuche so genau wie möglich zu arbeiten, meine Damen und Herren. Ja, ja, Sie sehen ja, haben es gehört, der Regelkreis ABS wurde aktiviert. Schauen wir uns das mal an. Fahrgeschwindigkeit 40 und jetzt versuche ich exakt noch gleich erhöht zu können. Und wir schauen uns das mal an. Gehen wir mal ein bisschen mit rüber und dann kommen wir an den Schlittenball. Ja! Seht ihr, wie klein die... ...dass 1,30 auf dem Komplett nicht unverabschieden kam.